Moin, mein Name ist Lutz. Ich bin Christina und wir sind die Brotkumpels aus Hamburg. Wir möchten dazu beitragen, dass es auch in Hamburg wieder gutes Brot gibt. Und wir versuchen, das Brot mit möglichst natürlichen Zutaten zu backen. Wir versuchen zu verstehen, was da im Sauerteig, was insgesamt im Teig passiert. Und wir experimentieren ganz viel an jedem Backtag. Und das tun wir mit unseren Runden zusammen. Unser Lieblingsort in Hamburg ist eine Eisdiele. Hier direkt auf der Hasel am Markt, bitte mit Sahne. Die machen das Eis genau so, wie wir unser Brot auch backen. Also nur mit natürlichen Brotstoffen und mit viel Zeit und Geduld und viel Wissen. Ich gestalte Hamburg bunt. Und wir machen das alle zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.